Nach der beispiellosen, rekordverdächtigen Wiederentdeckung von Suits im Namen von Millionen von Fans nach der Neuausstrahlung auf Netflix am 17. Juni trafen sich die Hauptdarsteller Patrick J. Adams, Gabriel Macht, Sarah Rafferty und Gina Torres bei den Golden Globes wieder. Kurz nach der Neuveröffentlichung im Juni brach die Serie, die erstmals 2011 in den USA Premiere hatte, den Nielsen-Streaming-Rekord für erworbene Programme und erreichte in der Woche vom 26. Juni bis 2. Juli satte 3,1 Milliarden Sehminuten. Am 7. Januar betraten Patrick, Gabriel, Sarah und Gina die Bühne als Moderatoren und nicht als Co-Stars und gaben den Gewinner der Outstanding Drama Series, des HBO-Hits Succession, bekannt. Auf der Bühne scherzten die Stars darüber, dass die Kategorie Outstanding Drama Series erst spät in der Sendung ankam, wobei Gabriel dem Publikum sagte, es gibt nichts Dramatischeres oder beängstigenderes, als die ganze Nacht darauf zu warten, dass ihre Kategorie endlich angekommen ist. Patrick fügte hinzu, das stimmt, es ist schwer vorstellbar, dass man so lange warten muss, bis eine Show diese Art von Anerkennung erhält. Vor dem Wiedersehen auf der Bühne wurden Patrick und Gabriel, die als Michael Ross und Harvey Specter auftraten, natürlich auf dem roten Teppich nach Meghan Markle gefragt. Patrick, dessen Figur das Liebesinteresse von Meghans Rachel Sinn war, ermutigte Schüchtern die Abspaltung und beleuchtete das Leben des Paares auf der Leinwand in Seattle, während Adams sagte, er habe keine Ahnung, wo die nächste Folge von Suits die Geschichte aufgreifen würde. Weise. Macht bezeichnete es als eine völlig eigene Welt innerhalb der Suits-Welt und sagte, wer weiß, vielleicht taucht er eines Tages in Los Angeles auf, womit er sich auf seinen Costa bezog. Zur Frage, ob Meghan Markle in kommenden Suits-Projekten auftreten wird, spielte Adams mit der Idee und sagte, klar, Mike und Rachel in Seattle. Sie mussten nach Los Angeles kommen. Sie müssen ein paar Dinge reparieren. Er teilte einen möglichen Handlungsstrang mit, und als Adams direkt nach Meghan Markle gefragt wurde, antwortete er, haben Sie von Meghan gehört? Eh, ich erzähle es dir später. Es ist viel passiert. Meghan war nicht anwesend, als die Suits-Darsteller bei den Golden Globes ein Mini-Reunion auf der Bühne hatten und eine Auszeichnung überreichten. Laut Elle ist ihre Abwesenheit verständlich, wenn man bedenkt, dass ihre Teilnahme wahrscheinlich erhöhte Sicherheitsvorkehrungen erfordern würde und sie natürlich nicht für eine Auszeichnung nominiert ist. Meghan trat im November bei einer Branchenveranstaltung auf. Die Herzogin posierte auf dem roten Teppich beim Power-of-Women-Event von Variety. Sie sprach mit dem Outlet über den neuen Streaming-Erfolg von Suits und sagte, ist das nicht wild? Sie behauptete, sie habe keine Ahnung, was das erneute Interesse an der Serie geweckt habe, die bereits 2019 endete. Sie verwarf eine Theorie und sagte, es war großartig, mit einer so großartigen Besetzung und Crew zu arbeiten. Wir hatten eine wirklich lustige Zeit. Ich war sieben Staffeln lang dabei, also ziemlich oft. Aber es ist heutzutage schwer, eine Show zu finden, bei der man so viele Folgen im Binge-Watching anschauen kann, also könnte das etwas damit zu tun haben. Aber gute Shows sind ewig. Meghan hat noch keine neuen Projekte angekündigt, obwohl eine Quelle Asquickly Ende Dezember mitteilte, dass sie kommen würden. Man hat den Eindruck, dass Harry und Meghan in der Unterhaltungsindustrie brüskiert wurden, aber aus ihrer Sicht entscheiden sie sich für Qualität statt Quantität. Anstatt jede Gelegenheit zu ergreifen, die sich ihnen bietet. Zander Zander